Da ist eine wunderbare Designer-Käsereibe, die eine zentrale Rolle spielt und genauso eine große Rolle oder wichtige spielt so eine kleine Plastik-Käsereibe. Das sind so Sachen, das sind dann Geschenke, die direkt vor Ort, also diese kleine Plastikreibe, die hat dich inspiriert während des Drehs dann schon. Wir brauchen jetzt so eine Reibe und dann hast du eine Reibe gefunden in irgendeinem Mall. Wie darf man sich das vorstellen? Bist du Reiben suchen gegangen? Nee, also er schenkt dir halt eine und die ist mir wirklich so bei einer Motiv-Tour auf dem Markt und ich wusste immer nicht, wie die eine sein. Ich dachte, da hat er erst gedacht, er hat so eine normale Silberne oder so in der Tasche, aber das war dann noch besser einfach, weil das so ein China-Trash war, der da verkauft wurde. Das sah eigentlich aus wie so ein Lady-Shafer oder so irgendwie und Pink auch noch. Und dann, klar, ich sehe dann die Welt auch durch so einen Filter und dann schupp.